Hallo meine Lieben, hier ist der Opa Mario, der alte Sack von Holstom TV und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Transport Fever 2. Vielen Dank. Sehr schön. Oh, die Klinge sind so geil, so schön. So, ein weiter. Da ist mir auch eine sehr... eine sehr überraschende Konstruktion gelungen. Ja. Aber sie funktioniert. Ja. Ja. So, ein weiter. Bis zum nächsten Mal. Thanks. Okay. Okay. Vielen Dank. 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 Was sind für Probleme? Kein Elektro-Schwubel sind hin? Was ist das? Alles da? Ja? Okay. Das stimmt. Irgendwas bei meiner Signalisierung? Ist das? Ja? 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 Ja, wie gesagt. Huh? Ja? 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 So, hier sind Bretter 59, 60, 60 Bretter. So, hier sind zwei oder noten. Ha! Im Lager sieht man ein Rögelchen aus. 66. Ja gut, der bringt sie ja weg. Was willst du machen? Nein, ich fand sie nicht. Okay. Das ist okay. Und der Treibstand, der andere macht es jetzt auch. Klick, klick, passiert es schon wieder. Und der Treibstand, der andere macht es schon wieder. Hä? Ich bin das. Ach so, der steht schon im Signal. Mach mal. Ja, aber dann solltest du erst recht noch einfacher sein, oder? Ach so. 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 Ach so.